Der Audi hat den Schokoladen auf. Der Audi hat den Schokoladen aufgebaut. Der hat vorne ... ... solche Schokoladen, natürlich ... ... das ... ... das Schokoladen komplett ... ... das ist nur für Schokoladen. Er ist, den auf dem Schokoladen, aufgebaut. Er hätte solche, solche. Ja, so hinterher ... Deswegen alle ... ... bei der Winkel ... Das können wir hier voll nicht machen. Ich hab die Auge, aber ich hab die Auge voll, weil, ich sag mal, ich hab die Auge, die gleiche Audi auch nicht mehr ausgeführt. Wir hatten noch vorne an der Felge, ist noch alles vorgegriffen. Das fährt wie ein Schwein. Ich hab so oft daneben gestanden, na ey, ich lief da, aber du bist doch ruhig. Ich hab grad zu Alex gesagt, ich bin ja, nein, fertig, sie kann mit meinem Leufel fahren. Ich glaub, dann wird immer einer gerammt. Ich hab das noch nicht gehört, aber ich weiß, ich weiß, dass du das nicht mehr so viel anziehst. Aber der Rot ist jetzt ganz hohen. Und wir hatten den Aufwand, das waren die Barschkarte, die Barschkarte, die Barschkarte, die Barschkarte, die Barschkarte, die Barschkarte. Ja, wie denn? Ja, jetzt muss man Spiralbruch, wenn der da hängt nicht mehr zusammen ist. Wieso ist denn der Urschlumpel immer hoher? Zum Gesicht sehen die nicht mehr raus, wie das ist. Jensburg hat gesagt, Klasse 4 gefahren, aber eine war. Dazu hat keiner gekommen, dass wir los, Klasse 4 gefahren. Das ist auch vorne so eng mit seinem Geruch, wie wir da waren. Jetzt hat er wieder die Bremsleitung voll Strom. So, das war jetzt der Lauf der Klasse 12. Wir machen jetzt mal kurz 10 Minuten Pause. Und dann machen wir den zweiten Lauf von der Jugend. Fangen wieder an mit der Klasse 11.